Leni, ich habe die Sonnencreme vergessen. Gut, dass wir im Schatten sind, gell? Ja, also das hat es im Nerven, wer glaubt es, da wird es ja, glaube ich, 25 gehalten. Mindestens, ja. Ah, der Dachstein. Der Dachstein. Ja, das ist die Kaiserverschneidung bei Kaiserwetter. Wir gehen auf den Berg, die Frauen von uns auslassen. Teilweise ganz schön rutschig, wie man sieht. Perfekt, dass du gerade drauf wirst. Also, das ist die Oberfläche, die da zu einem Schatten hat. Oh, nein. 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 Ich weiß warum, dass ich ihn gefragt kann, wo wer auch mal vorausgehen will. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wieder unterwegs mit Max. Prost. Grüß euch. Prost. Und mit Franz. Prost. Grüß euch. Es ist der 7. Januar 2023 und wir haben bei perfektem Wetter heute die Klettersteigsaison eröffnet. Ja, genau. Und zwar waren wir, da sieht man die Riesenleiter, am Donnerkogelklettersteig. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Klettersteig bei, naja, doch winterlichen Bedingungen so ist, dann bleibt dran. Viel Spaß dabei. Musik Ah, der Dachstein. Der Dachstein. Schauen wir mal, was machen wir heute? Wir gehen auf den Berg. Juhu. Wir gehen auf den Berg, die Frauen haben uns ausgelassen. Fährlich wird's. Der Dachstein. Der Dachstein müssen wir ein wenig austreiben. Den Preis. Den Preis. Der war doch gut. Das ist grün auch viel Tass. Ja. Okay. Das ist grün auch viel Tass. Bis dann. ской Geräusche. Trygst des Fahrers herbenen Moltes. Stefan. Robert Wagnerge Potter. F salvar dich pulling selbst. Beutzung mit Trulungen. Im Verkunft. Wie viele Profeiten? Was? Der Geo und der Rettensteiner Helle, der Bergführer. Traumhafte Verhältnisse. Wir haben da vorne die Steigeisen-Gurte und Helme angelegt und jetzt geht es da so weiter zum Einstieg. Der Oberflor und Max ist eine Gampsehe, die Zoom-Funktion funktioniert da leider nicht. Wir sind am Weg zum Einstieg. Teilweise ganz schön rutschig, wie man sieht. Perfekt, dass du gerade drauf wirst. Ich glaube, ich bin auch bei der Stelle ausgerutscht. Ich bin auch bei der Gäste. Ich bin auch bei der Gäste. Ich bin auch bei der Gäste. ja das ist die kaiserverschneidung bei kaiserwetter jo kaiser max verschneidung unten der zustieg saungut aber es geht schon die ist nach mir benannt die ist nach dir benannt die hast du erst begangen warum bin ich bloß vor dir ja genau froh kannst du auch schon gehen kannst schon kommen genau da wo der floh jetzt ist es extrem eisig da ist es eisig gebe einen zustieg ja 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 Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Max? Ja. Mach du noch ein Foto herum, wenn der Flur rauf kommt. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. 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 Und das war's für heute. 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 Da war's für heute. Das war's für heute. Dasukan für heute. Das war's für heute. Dasstart Hope. Ja. Winter, gell? Nächstes Mal im Winter. Ja. Mai dabei eventuell. Ja. Noch ein Fickern, Spaß im Winter. Ja. Klar. Ja. Ja. Das war's. Echt von Schlick. 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 Dann komme ich noch einmal einen Meter zurück, dann geht das. Echt von Schlick. Echt von Schlick. Echt von Schlick. Echt von Schlick. Ja, ich bin noch auf der Linie. Echt von Schlick. Echt von Schlick. Ich habe einmal eine Zwischensicherung. Schlick. Echt von 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 Schlick. Schlick. Echt von 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 Schlick. Geh für mich, da haben wir noch. Zwölfe Leuten tut's. Ja! 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 Fünf Meter sind's noch. Mach ich noch! Passt! Ja! Was tut er da, der Franke? Ja! Jetzt fahrt er sich auch gerade! Ja! 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 Ich hab's schon gemacht, Max! Voll geil! Aber sollte der Flo gerne machen! Ja! 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 Na ja, du erlebst was! Ja! Du erlebst was. Du erlebst was. Ja! Ja! Du erlebst was, geil? Bist du schützt? Ja Bist du schützt! Juhu, ich habe eine Zwischensicherung. 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 Stand. Stand. Was ist das? Ah, das ist best. Yep. Okay. Das war's für heute. Okay. 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 What? This way. Okay. Was ist? 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 Ja Ich habe keine Echsen mehr Ich habe keine Echsen mehr Was ist! Was ist? Das war's für heute. 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 Ja, warte mal. Ich komm zurück. Das war's für heute. 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 Was ist das? Super. Danke. Mit Steigeisen ist das Holz bei Weitem nicht so rutschig. Hier unten ist es weiß, aber ich weiß nicht, wie weit das weiß dann ist. Grüß Gott. Guten Tag. Mein Name ist Franz von Albine Momente. Ich habe einen wunderschönen Tag. Und das ist ein Achter. Und das ist ein Panorama. Das ist ein Girl. Ein Girl. Dieser mein Name ist Woje Girl. Und rechts ist das Riesending. Voll der krasse Film. Das ist Untersberg, das es auch gibt als Getränk in Flaschen. Ah nein, das ist Unterberg. Das konnte ich auch probieren. Nein, ich meine, wenn du jetzt normal rauf gehst und die nachher durchfallen lassen, lass doch so ein Ding nicht. Ja. Ob wir raufkommen? Ja, das schauen wir uns an. Ich habe das am Sto oder 10 Minuten gemacht, da war ja so ein Seilvorgel, da geht es drei Meter runter. Da habe ich mich auch hingehängt, das ist, wenn du erst mal hängst und die Amiseln ausgehängt, dann ist es nicht mehr so leichter wieder hoch zu fahren. Warte mal, hast du auch. Dann gehen wir mal da rum. Dann gehen wir mal da rum. Der Kackstift schreit schon. 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 Sagenstift schreit schon, happy dem Schreit viel nach unten zu haben, damit Mmmm der Kackste mit Spaß kommt. krackstift schreit mois, Der Kackstift schreit echt schon. Das ist so geil wie die Bogen ist. Ja voll. Und nach einem Bier woggelst du gleich noch mehr. Wow, rutschiges Luder. Juhu. Nämmer weiter. Nämmer weiter. Jetzt hört sich die Frage wie man das am g'scheitesten macht mit dem runterhängen. Ja ohne dem Franz. Du Trottel du. Du kannst mit dem Marschlecken. Ja genau. Jawohl. Wetter geil. Ja und jetzt die Füße runter. Was ist jetzt dein Schickpackerl? Ja. 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 Okay. Ja. 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 Oh, das ist ja oitier! Oh, das ist ja oitier! Oh, das ist ja oitier! Ich bin 700 Meter über dem Abgrund! Noch einmal! Ich bin 700 Meter über dem Abgrund! Abgrund, Abgrund, Abgrund! Die 40 Meter Riesenleiter! Brutalst! Der Kackstift schreit! 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 scheiße da ist aber das seil voll also da kann man ja oben umgehen wo ja aber das geht nach unten um die hofs so Okay. also da kann man eh Schnee oben um den Mör der Max kommt sicher auf schreit der Kackstift hast du eh eine Selbstsicherung rein da passt ist eh alles fest da schaut das wieder aus saugeil Max genial so stark er kriegt nicht genug machst du mir ein Hochformat an? ich hab da genug viel schon gemacht achso schaffst du das? der alte Bergputzer ja das ist eh episch das ist Wahnsinn total super Max geil bei der scheiss die Wander das ist schon überwinden schon du auch oder? das mache ich nicht super Flo mega geil mega geil jawohl jawohl und umhänger jawohl 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 super super jawohl 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 ja gratuliere keiler scheiss jawohl also Prost Mahlzeit Cheers Prost auf die Riesenleiter Prost Jene welche hier ist hmmm ah der ist trotzdem anders anders geil. So, nach einer ausgiebigen Gipfelrast in Anführungszeichen, der Gipfel wäre da oben, wir haben aber hier das schöne Wetter ausgenutzt und aufgrund der drohenden Dunkelheit haben wir dazu entschlossen hier ein bisschen Rast zu machen und jetzt wieder abzusteigen. So, let's give it to you! Das war's. Das war's. Da sind aber schon mal welche gehartscht vor nicht allzu langer Zeit. So. Jetzt geht's wohl da vorne noch drüber über den Huckel und dann den Weg, den wir heute früh schon aufgestiegen sind, noch gar runter zum Parkplatz. Das ist ja wichtig. Was ist denn zum Gasthaus? Der Dachstein, der Dachstein. Oh, der Dachstein. Oh, der Dachstein, schau. Der Dachstein. Das war eigentlich schon arg über was für einen Abbruch. Da sieht man nochmal, also zum einen hier der Einstieg und dann sind wir so rüber und hier oben, das war dann die Stelle, wo wir dann mit dem Seil abgesichert haben. Später dann erst. Später, aber schon arg, ne? Ach? Schon arg im Nachhinein. Ja. Schön ist am Dachstein. Schön. Und in der Rhön. Schön ist in der Rhön. Schön. 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 So, nachdem der Franz jetzt sein Resümee macht und wir hier eben nochmal einen schönen Überblick haben, über den, boah, leck mich am Arsch. Und wir hier nochmal einen schönen Überblick haben oder Blick haben zum Donnerkugel-Klettersteig. Auch von mir ein kleines Resümee, bevor wir jetzt dann gleich wieder im Auto sind. Also, für mich war es ja am Donnerkugel das erste Mal, also ich habe im Sommer auch den Klettersteig noch nicht gemacht. Von dem her wusste ich grob, was auf mich zukommt, aber nicht aus persönlicher Erfahrung. Umso mehr war ich natürlich gespannt, was mich dann bei winterlichen Bedingungen erwartet. Aber mit den zwei perfekten erfahrenen Bergpartnern Max und Franz war das eine echt lässige, aber natürlich nicht so unterschätzende Tour. Man hat es ja im Video gesehen, also man muss sich schon gerade bei diesen winterlichen Bedingungen mit der Materie auseinandersetzen und überlegen, was man mitnimmt, wie kann man es absichern, kann man es absichern und macht es Sinn überhaupt einzusteigen. Aber für uns ist es perfekt aufgegangen, zwar nicht der Gipfel, aber immerhin das erklärte Ziel, die Riesenleiter und bei perfektem Wetter hat es eigentlich für alles entschädigt. Mehr bleibt demnach auch nicht zu sagen. Der Hinweis natürlich auch, schaut auch beim Franz am Kanal vorbei, der veröffentlicht auch ein Video. Und ansonsten war es das von mir und ich sage bis zum nächsten Video. Ciao. Servus. 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 Vielen Dank.